Und damit redet herzlich willkommen auf meinem Rosti-Kanal. Wir wollen nach dem Latein verkleinertes FNAF Endgame. Heute spielen wir MEG TONIGHT AND THE FORGOTTEN ONES. Äh, ich bin ein bisschen hier verwundert. Ist auf jeden Fall nicht vom Original-Spiel-Entwickler, sondern von LUMINUS. Ich hoffe, was uns hier erwartet. Eine Mischung aus MAD AND THE FORGOTTEN ONES. Das könnte ja nicht schlecht werden. Sieht schon mal cooler aus. New Game. Lassen wir uns mal überraschen. Hey, sorry, I couldn't. If I could tell us what, what, what. I don't want. Surprise, surprise. Ich bin gespannt. Wie es aussieht. Ich hoffe ja, wir werden viel Spaß miteinander haben. Ähm, heh, heh. Wenn's Spielchen noch kommt. What? What? Was ist für Kleiner? Snoopy! Hey, me again. I just have to tell you about some things while you're here for a week? Five days? Uh, well, you'll be here for a few days, that's all I was told. Anyways, your job is simple. We just have to make sure everything here is kept safe until we get the electronic here, so we can shoot the more modern commercial. It should be relatively easy. They weren't that. Well, the characters have a bit of a problem. They walk around sometimes. Yes. Now, they're naturally not supposed to do that. And we've already tried to find out what causes them to move around, but it just creates one of the technicians to get a broken arm. And, well, I don't think I should tell you the rest of that. That shouldn't be a problem for you though. So, you only have to look through the cameras to check if they're okay. Yes. In case they do move around, there's a so-called corrupt button that will make them stop running, because if they come too close, they might try to hurt you. Uh-huh. And the matter that they do come too close, just don't move. They don't seem to be able to distinguish you from your surroundings. That should be everything. Well, good luck and I'll talk to you tomorrow. Yes. Also, I can't do anything either with Shift or with Control or with anything else. I have also... Also, if they come too close, they'll make them corrupt. I am here. Here is no one. Oh my saying... Hey... Sieht... Sśnieht gar nicht mal so schlecht aus Leute. Da wo meine Fresse ist میں Fresse-Camp. Da steht die Uhrzeit. Wir haben jetzt ein Uhr. What is it? Power? Also ich denke mal Kamera 6 und 2 sind die wichtigsten. Was muss ich hier machen? Hä? What? Movement? Was muss ich hier drücken? What? Äh? What? What the hell is that? Ich habe hier keinen Plan. What? Vor allem es geht ja sonst nichts. Movement. Äh? Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Muss ich sagen. Ich kann das auch nicht wegmachen. Movement? Vor allem weil auch nichts geht mit... Oh mein Gott. 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 Muss ich also nur in die Kameras gucken. Das Movement kommt aber nicht wieder zurück. Das ist das Problem. Scheiße. Das ist nicht gut. Ah, doch, es geht wieder. Aber man muss auf jeden Fall immer nur in die Kameras gucken. Aber hier ist noch keiner. Aber ich glaube, ich habe es kapiert. Ich glaube, ich habe es kapiert. Und ich denke mal, Kamera 2 und Kamera 6 sind die wichtigsten. Weil wenn er da oben ist, brauche ich es ja nicht machen. Hohe ich doch. Er kommt wieder näher. Schade, dass es hier kein Quieky gibt. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hilft es. Wir haben jetzt 2 Uhr. 2 a.m. Ich höre schon mal was. Kommt da einer? Nein, nein. No one is coming. Jetzt habe ich es kapiert. Stellt euch vor. Der alte Sack hat es wirklich kapiert. Bis jetzt. Hohe ich doch. Schaut doch hier. Der unten ist unser... Das ist doch unser Kleine hier. Ah. Das scheint ein Teil von der Office zu sein. Ihn wegmachen. Jetzt sind die Kameras sowieso wieder hier am Arbeiten. Oh, Schnauze. Scheiß Windows 10. Wer interessiert jetzt, ob hier eine Einstellung ist, um Energie zu sparen. Und ich habe mein Laptop immer am Saft hängen. Immer... Oh. Verrobt. Aber die Uhrzeit geht ziemlich lang. Wir haben jetzt... Ah, jetzt ist es gerade umgeschaltet auf 3. 3 Uhr. 3 a.m. Where's the other one? Jetzt macht mir das Spiel auch richtig Spaß hier, ne? Corrupted. Meine Glasses wieder richten. Und immer wenn wir in die Office zurückkommen, habe ich festgestellt, dass das Movement wieder zurückgeht. Let's good. Let's very good. Der alte Sack hat's kapiert. Ich werde verrückt. Das könnte noch ziemlich stressig werden, denke ich mir mal. In der nächsten Nacht oder in der weiteren Nächte. Ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben. Und mehrere Part spielen. Weil Spiel macht mir schon Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch Spaß. 4 a.m. You can't see it. The time. My face cam. It's in the left corner. In the left corner stands. 4 a.m. Wir werden zurück. Ich bin eine Hohlbirne. Ach man, wieso geht hier kein Eww, Eww, Eww. What? Eww, 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 Eww. I will let her go. Corrupted? Oh. Eww. Also Kamera 5 muss man im Auge behalten. 5, 2 und 6. Die sind so die wichtigsten. Das kann ja hier heiter werden. Gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder hin. 5 a.m. Immer schön hier gucken, hier, ne? Was macht Papa? What are you doing? Hat er gedacht, er kann mich hier verarschen, hier, wa? Ich bin Rusty. Das ist mein Territory. Und du bist nicht willkommen. Nein. Hehehehe. Hehehehe. Du bist nicht willkommen. Also immer wieder zurück. Ihr seht, das Movement geht hoch. Je mehr man hier ist. Und dann wieder zurück, dann geht's wieder. Man darf sie also nicht zu lange. Ich glaub, vorhin war mein Fehler. Ich hab mich hier zu lange aufgehalten. Und dann hab ich's verkackt, ne? Yes! Strike! 6 o'clock. Nice! We got it! Bidi! Nice game! Wenn man erfolgreich ist, ist jedes Spiel gut, oder? Haha! Night 2. Okay. Ich muss da ein kleines Hüsterchen machen. Sorry. Schluck Trinken. Hilft. What? Zwei Kameras dazu? Hey, we installed a few new cameras in the other part of the building that we forgot to install yesterday. Sorry about that. Thank you. We're going to check on camera 9 from time to time. Something in there seems to cause the power to turn off after a while. Well, we tested the system again and noticed that the carup button doesn't work on camera 6 for some reason. There seems to be a wire cut or something. Uh, we checked inside the tent there and we saw another character inside of it. We don't know what to call it, but it looks like a pirate captain guy. It didn't seem to work anymore, so we fixed it up and it mostly works again. We're going to look at the building tomorrow still to see if there are any more characters that we can set because we got to get them to different locations so that they can be reduced for something else later. Well, that should be all for tonight. I'm not sure if I can record a message for you tomorrow, but I'm going to try to make one for you, just in case you find anything new the day after. Have a good night. Shhhhhh. Thank you. Thank you very much. What? Das finde ich jetzt voll unfair, ne? Aber das finde ich auch cool. Wir haben jetzt ein paar neue Kameras dazubekommen. Und in Kamera 6 hat er irgendwas gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass da ein neuer Charakter kommt. So ein Pirat oder sowas. What? Das kann ja heiler werden. Das macht das Spiel natürlich gleich noch sehr viel interessanter. Weil drei Kameras mehr, vor allem waren es ja sechs, jetzt sind es neun. Nice. I love the game. I love it. Vor allem macht es ja umso schwieriger. Oder interessanter würde ich sagen. Das kann heiler werden. Aber Leute, ich gebe mir Mühe, ne? Das ist ja interessant. Nice. Hier liegen nur seine Masken rum. Ein Spiel halt mal, wo man auf jeden Fall immer in den Kameras... Was? Habe ich da was gesehen? Oh, die Stürbing! Ich sollte mal wieder zurück und wieder hin. Ich darf, ich darf auf jeden Fall nicht hier warten, bis alles auf rot ist, dann ist es zu spät. Dann habe ich es verkackt. Und ich hoffe, ich erkenne auch die Typen, wenn sie jetzt erscheinen in den Kameras. Oh, 2 a.m. 2 o'clock in the morning. Still, we cannot sleep. No one is... Corrupted! Nice. Oh. Oh. Jetzt wird es interessant. Und da man ja immer warten muss, bis das Corrupt erholt hat, muss man auch noch schnell sein. Ich habe gedacht, er kam... Oh. Corrupt. Oh, oh. Das wird lustig, Leute. That's not good. Jesus. Und das schon in der zweiten Nacht? Wenn er jetzt dann in der nächsten Nacht nochmal eine Kamera dazu packt. Aber dann kriege ich die Krise hier. Das sage ich euch. Dann kriege ich hier was an die Waffel. Kurz durchatmen. I need fresh air. Wieder zurück. Cool ja. Auf jeden Fall habe ich viel Spaß. Ich hoffe ja auch. Schreibt mir in die Kommentare bitte, wie euch das Spiel gefällt. Das muss ich wissen. Eben weil es mir ja viel Spaß macht bis jetzt. Und sehr interessant ist. Anspruchsvoll für mich. Finde ich. Und wenn in jeder Nacht so ein paar neue Features sind. Das will ich jetzt gerade eben hier mit den neuen Kameras dazufügen. Gefällt mir. Das hier. Ich muss dran denken, hier habe ich mich nicht so lange aufhalten. Oh, oh. Mach schneller. Fastel. Jesus. Wenn er jetzt noch kommt. Oh, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Drei Charaktere hintereinander. Okay, macht Spaß. Und wenn ihr nur ein kleines bisschen Spaß auch habt. An meinem Let's Play. Dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Erde. Yes. Ich bin so glücklich, Mann. Hi. Ich muss hier immer wieder zurück. Ich darf das nicht vergessen. Wir haben jetzt vier Uhr. 4 o'clock. Wieder zurück. Was ist das eigentlich, wo hier eine Kamera 5 als kommt? Sieht aus wie so ein Tier. So ein Bär oder so. Passt eigentlich gar nicht dazu, oder? Dann kriege ich aber die Krise hier. No. No one is coming. 5 a.m. Where are you? We got it. Corrupt. Oh, ich will nur noch der kleine Honk. Und der Kopf ist mit Sicherheit auch. In Kamera 9. Oh, no. No one is coming Again Alles easy, alles easy peasy Keiner kommt, keiner kommt Wieder zurück Uh oh, uh oh, uh oh Six o'clock, six o'clock Please, please, please Yes Strike Where's the sound? No sound No 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 Huh Leute Zwei Nächte überlebt Night 3 wird's erst in einem weiteren Part geben Von Mad Tonight and the Forgotten Ones Ich hoffe, ihr habt euch viel Spaß Wie gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat Wenn ihr ein Like dafür übrig habt Werde mich sehr darüber freuen Hilft mich, er hilft mir, mich etwas zu motivieren Oder mich noch mehr zu motivieren Und ich sehe, ihr habt auch, seid dabei Alles ist easy, alles ist cool Warum hab ich jetzt hier keinen Ton? Warum sagt das nichts? You don't speak with me? Naja, egal Wie gesagt, Night 3 Comes in another part Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen Vergesst mein Like nicht Da freut man sich doch drüber, wenn ein bisschen Interaktion ist Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich einschalten würdet Auf meinem Rosting-Kanal Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht Irgendwie stressig es noch wird Mal ganz kurz was gucken Also neue Kameras sind keine dazugekommen In diesem Sinne Genießt das Leben Enjoy your life Habt Spaß miteinander Und bis zum nächsten Mal Ich sage Tschö mit dem Fingerniger Und euer Rostigaretner Thank you and goodbye We will see you back again Enjoy your life I love you Goodbye He's coming I love you Vielen Dank.